5 Liter Hubraum, 450 PS, so ein 1er BMW, das steht ihm richtig gut. Also für den kurzen Radstand ist das Auto erstaunlich gutmütig. Ohne dass er irgendwie mit Untersteuern nervt, lässt sich schön positionieren. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Im dritten Gang bei Vollgas aus der Kurve muss man immer schönartig aufs Heck aufpassen. Ah, siehe hier zum Beispiel und hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017